Der Heilungsverlauf nach Implantation einer ICL-Farkenlinse ist relativ schnell. Wenn man das mit der Augenlaserchirurgie vergleicht, welche auch unterschiedliche Techniken hat, dort können wir einen sehr schnellen Heilungsverlauf haben, aber auch einen sehr langsamen. Im Vergleich zu der ICL-Linsenimplantation funktionieren sie direkt am nächsten Tag. Jedoch das perfekte oder das sehr gute Sehen braucht ein paar Tage bis ein paar Wochen bis es erreicht ist und diese Zeit müssen sie sich nehmen. Am besten sie nehmen sich ein paar Tage frei nach der Operation und warten dann geduldig, kommen zu uns zu Kontrollen bis das Sehen so gut wie möglich ist.